Hallo und willkommen zur Album Revue während unserer kleinen Tour durch die späten 60er. Das vierte Album von The Nice erschien zu einem Zeitpunkt im Juni 1970, als die Band weitgehend aufgelöst war. Doch es beinhaltet Live-Aufnahmen, die ein Jahr zuvor, genauer im Oktober 1969, aufgeführt wurden. Konzeptionell handelt es sich hier um ein Projekt, das Emerson sich unmöglich entgehen lassen konnte. Das Newcastle Arts Festival beauftragte bei ihm die Komposition und Aufführung einer Suite, die Orchester und Band unter ein Dach packen würde und somit das Alte und das Neue verbannt. Emerson stürzte sich also in 1969 in die Komposition seines bis dahin größten und aufwendigsten Wurfs. Die Musik zählt hierbei zu der sogenannten Programmmusik, also eine symphonische Komposition, die ein greifbares Thema behandelt, ähnlich wie Patrick Smetana's Moldau-Programmmusik ist oder Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky. Hier behandelt die Five Bridge Suite die damals vorhandenen fünf Brücken über den Fluss Tyne in Newcastle. Beeinflusst von seinen Lieblingskomponisten wie Sibelius und Grieg oder Tchaikovsky entstand hier unter Emersons Feder ein solides, verspieltes Klassikwerk, das trotz seiner höchst charmanten Art natürlich auch ein wenig unoriginell ist. Man könnte vielleicht auch von Derivativ sprechen, wollte man sehr schlau klingen. Die Suite selbst dauerte 18 Minuten. Auf dem Album deckt sie die gesamte A-Seite ab. Die Aufnahme, die man auf der Platte hört, stammte aus dem Konzert in Fairfield Halls in Croydon. Für die Aufführung wurde eine Sektion aus drei Saxophonen, Trompete und Horn angeheuert, während der Dirigent Joseph Eager die Sinfonia of London dirigierte. Die Band musste sich erst mal ganze drei Sätze vollständig gedulden. Erst beim vierten Satz, gänzlich unerwartet, erklingt Lee Jacksons Bass. Erst hier hören wir den typischen The Nice Sound mit Jacksons rauer Stimme. Es ist ein provokanter und überraschender Kontrapunkt zu den vorangegangenen drei Sätzen, die alle tief in der romantischen und expressionistischen Musik der Jahrhundertwende angesiedelt sind. Emersons Hammonspiel ist erneut bahnbrechend an dieser Stelle. Eine Menge Action verpackt in nur vier Minuten Laufzeit. Im Finale, das sozusagen die fünfte Brücke beschreibt, hören wir zum ersten Mal Orchester und Band gleichzeitig, in einer elegischen, verträumten Komposition, die sich mit einem jazzigen Thema abwechselt. Hier kommt auch in sehr spannender Art und Weise diese ganze Saxophon- und Horn-Sektion zum Einsatz. Die B-Seite dann beinhaltet bekanntere Nummern aus dem The Nice Repertoire, das die Band damals unmittelbar nach der Five Bridge Suite aufführte. Da ist zum Beispiel das Intermezzo aus der Corellia Suite von Sibelius dabei, diesmal in einer Version, die auch das Orchester einbezieht. Emerson ließ es sich hier nicht nehmen, eine seiner Noise-Improvisationen einzulegen. Das muss beim Publikum eine ziemlich amüsante Wirkung erzielt haben, da unter den Zuschauern vermutlich eine Menge Leute saßen, die eher älter waren und wenig mit dem Maltretieren einer Hammond-Orgel anfangen konnten. Dies wurde gefolgt von einer Adaptation von der Pathetik von Tchaikovsky, erneut in einer Annäherung zwischen dem Orchester und der Band. Das Ergebnis ist recht beeindruckend und gerade dieser Abschnitt des Konzerts ist in meinen Augen etwas unterschätzt. Emerson´s Keyboard-Spiel über den gleichzeitigen Violinen-Passagen ist ziemlich großartig. Das macht Spaß, das zu hören. Und auch die Art, wie Davisons Schlagzeug sich in die eher quirlige Tchaikovsky-Komposition einfügt, stellt sicherlich ein Highlight im Schaffen dieser Band dar. Für damalige Verhältnisse war diese Art von Projekt noch immer ein starkes Neuland. Geschlagen wurde hier Emerson zeitlich nur von Deep Purple und zwar um einige Monate. Die Purple hatten ihr Concerto for Group & Orchestra bereits im August desselben Jahres in der Royal Albert Hall aufgeführt. An dieser Stelle endet dann auch der Konzertabschnitt in Croydon. Die restliche Fläche der B-Seite hatte man mit Material aus ganz anderen Quellen gefüllt. Da ist zuerst eine musikalische Collage aus Country Pie von Bob Dylan und das brandenburgische Konzert Nummer 6 von Johann Sebastian Bach. Dies ist ebenfalls eine Live-Aufnahme, aber diesmal ohne Orchester und Saxophone, sondern aus den bereits auf dem Vorgänger-Album verwendeten Aufnahmen aus dem Fillmore East in New York. Ich bin kein großer Fan von Country Pie, aber auch diese Aufnahme hat paar sehr interessante Keyboard-Solos, die recht gewitzt Folk-Blues mit europäischen Barock vermengen. Warum nicht? Wer kann, der kann. Überraschenderweise gibt es zum Ende der Live-Platte noch das Stück One of Those People, eine bis dahin unveröffentlichte Nummer, geschrieben von Emerson und Jackson. Das ist aber eine reine Studioaufnahme und kein Konzertmitschnitt. Die einzige Studioaufnahme auf diesem Album. Hier experimentiert die Band mit recht schrägen Gesangsfiltern und das ganze Lied ist extrem bizarr. Es erinnert an spätere Emerson-Kompositionen wie Living Sin auf dem Trilogy-Album von ELP. Es ist schon ein ziemlich cooler Proc-Song und gemessen daran, dass das hier 1969 ist, haben wir es hier mit einem der innovativsten Tracks von der Band zu tun. Das ist also ein etwas vergessenes kleines Juwel. Bizarr, aber auch seltsam faszinierend. Dies war auch das erste Mal, dass The Nice mit der damals jungen, doch extrem inspirierten Design-Schmiede Hypnosis zusammengearbeitet hatte, die dieses ikonografische Cover erschuf. Sicherlich das beste Cover im Katalog von The Nice. The Five Bridges ist eines dieser typischen Alben, die man tendenziell hoch bewertet, da es gilt, die hier erreichten Resultate zu würdigen, die dieses Album durchaus verdient. Doch zugleich ist es diese Art von Platte, wo man in Stimmung sein muss. Mit anderen Worten, oft hört man sich so eine Scheibe vermutlich nicht an. Der Vorteil der Platte liegt sicherlich darin, dass die Aufführungs- und Aufnahmeverhältnisse sich stark an der Produktion von Orchestermusik orientierte. Das bedeutet, dass dies eine Live-Aufnahme von 1969 ist, die einen relativ guten Sound hat. Und das war damals gerade bei Rockmusik nicht unbedingt etwas, das man erwarten konnte. Rock-Live-Aufnahmen klangen Ende der 60er oft recht. Krätzig, um es milde auszudrücken. Aber Five Bridges hat einen guten Sound, der damals durchaus richtungsweisend war. Das Highlight ist hier sicherlich die Adaptation von Pathetique von Tchaikovsky mit Band und Orchester. Gerade Bryan Davison brilliert hier. Und wer sich mal an etwas für damalige Verhältnisse äußerst innovativem versuchen möchte, soll mal One of Those People heraussuchen. Ich gebe dem Album vier Sterne. Obwohl ich zugeben muss, dass ich es mir kaum öfter als alle fünf oder zehn Jahre anhöre, aber das gilt letztendlich für all diese Orchester, Meet, Rockband-Projekte. Als diese Platte herauskam, gab es The Nice nur noch als ein Verwertungsthema für übrig gebliebene Aufnahmen. Emerson hatte bereits längst begonnen, mit Greg Lake und Carl Palmer zu proben. Lee Jackson und Bryan Davison blieben durchaus nicht untätig. Sie gründeten drei Jahre später die Band Refugee, die durchaus verdammt interessante Musik gemacht hatte, trotz ihrer Kurzlebigkeit. Ironischerweise hatte hier der ewige Emerson-Rivale Patrick Moratz Keyboards gespielt. Das aber ist eine andere Geschichte. Das war Five Bridges von The Nice aus dem Jahr 1970. enseignierte Musik ein? März